so in der Schöpfung ist wir sollten so bald ein Spinnenbebenentferner kaufen der ist zwar sehr teuer aber ich denke mal los ich weiß gar nicht was bringt da oben drauf ist eine Hütte wie man da rein kommt da hätte ich jetzt ehrlich gesagt mal so richtig keine Ahnung ist ja irgendwie warte mal ich hab ne Idee was wir ausprobieren könnten ich bezahle auch dass das klappt weil macht für mich auch keinen Sinn aber hey das Spiel hier sind und das Spiel keine so guten Freunde ne man kann ja nicht rein ich doch vielleicht mal müsste reinfliegen komm ja also hm wie man jetzt weiterkommt kein Plan lalala 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 das kann ich auch nicht so viel sagen das wäre vielleicht das wäre auch nochmal ein Versuch nicht wert wie jetzt keine Ahnung also dass wir jetzt vielleicht mal nach oben auf diese Spitze da versuchen zu kommen sonst hätten wir auch wirklich nichts mit einer so da drauf und dann irgendwie ich glaube es geht sogar ich glaube es ist richtig hätten es fast geschafft so und jetzt nochmal springen nicht so aber ich glaube wenn wir jetzt so hierher zu fliegen könnten wir sogar schaffen wieder nicht so war ja ähm ich melde mich noch zurück wenn ich es geschafft habe tschüss ja Hallöchen wieder bei Psychonauts ähm ich hab das Rätsellösung äh weil es ist einfach nur aber das finde ich ein bisschen hätte man vielleicht einen Tipp geben können das weil jetzt aus Wut habe ich einfach hier um mich geschlagen und dann ja ihr werdet es gleich sehen warum es so funktioniert hat also darauf kommt man nicht nur mal ich weiß gar nicht ob es gesagt wurde oder so und zwar hier drauf baut ich sehe folgendes ja warte mal ich glaube ich hab da vorhin einen Moment bitte ok ich dachte ich hätte was gesehen egal ja warum schreist du so oh richtig ich erinnere mich oah 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 Du bist brav, da ist ja das dumme Hirn. Hier, ein Taschentuch. Und? Willst du dich jetzt besser kleiner? Bärmbleben. Natürlich, hier drüben. Und diesen bösen Zahn werfen wir einfach in den Milchschlucker. Keine feste Nahrung in den nächsten sechs Stunden. Ich will auch fernsehen. Ja. Vielfach noch. Will auch rein. Nein, ich helfe meine Freunde nicht. Nein. Ich weiß, dass ich meine Freunde nicht. Ich will ja auch nicht mehr. MIEP Entschuldigung, bin ich halt gegen Smiko gekommen. Ähm, ETF. Okay, benutzt das Gehirn? Ja, es benutzt das Gehirn. LOL, LOL, LOL. Das halbe Nutzer hat anscheinend das Gehirn, ne? Ich komme hier rein, um angetrieben zu werden. Wie wär's besiegen? Ah, Verwirrungsgranate. Wie zur... Müssen wir... Machen müssen, aber weiß ich nicht, tut mir leid. Also, ich weiß überhaupt nicht, was wir tun müssen. Das hier anscheinend nicht, oder? Nicht so. Oh, Zielerfassung. Muss mich irgendwo verstecken. Vielleicht, wenn er sich gleich wieder hochstemmt, wie er vorhin schon mal gemacht hat. Da. Man, ich bin ja so clever. Weiche schwabliche Unterseite? Ich komme. Nein. Los, jetzt stell dich doch mal hin. Danke sehr. Hey, Uffair, ich hab dich getroffen, Panzer. Ja? Das ist ernsthaft? Finde ich nicht okay. Übrigens, sehr geil, dass er es auch gesagt hat. Sehr geil. Deswegen liebe ich das Spiel. Schießt du? Jetzt. Ey, ernsthaft? Du weißt nicht, wie du auf mich auf den Piss gehst du sch... Hör auf. Böser Panzer. Böser Panzer. Aha. Ja, so weitermachen wir daumen. Das war knapp. Wenn ich knapp sage, dann mein ich knapp. Was meinst du denn sonst damit? Oh Gott. Und ich möchte übrigens, das, äh, ganz kurz, ja, das ist mir gerade eingefallen. Ich möchte nie, nie wieder und einfach meine Videos sehen. Mit was nimmst du auf? Mit Fraps. Und den Ton, manchmal mit Auto City, manchmal auch mit Fraps. Bitte nie wieder. Ich weiß, dass es nutzlos war, aber egal. So. Tut leid, das muss mal ganz raus. Ja. Weil die Frage habe ich... Ja, so viele Leute gucken meine Videos noch nicht. Diese Frage habe ich bestimmt schon 50 Mal gestellt bekommen. Unter jedem Video wohlgemerkt. Ja. Übertreib halt. Boah, das war wieder so arschknapp. Boah. Komm schon, stirb, 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 stirb. Oh, nochmal. Noch einmal da haben wir. Okay, das packen wahrscheinlich. Hoffe ich doch. Schießt gut, danke. Piu. Ja, boah, 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 boah. Oh, gut. Ja. Ja, aber wie jetzt? Ah, gut. Es ist dann so, dass man links und rechts vertauscht und Mauer vertauscht und so weiter. Kennt ja bestimmt das andere Spiel. Ah, da haben wir es. Miep. Alter, alter. Aua. Ja, was sind das hier gerade? Miep. WT fucking F. WT fucking F. Wie zur Hölle. Was? Weh. Miep. Miep. Ich weiß nicht, was sie tun müssen. Achso, ich hätte ein. Ich dachte, ich könnte vielleicht jetzt reinrennen und dann passiert irgendwas anderes. Aber nein. Warum auch? Äh. Wupf. Was muss ich jetzt wieder machen? Gott. Ich hing gerade voll im Spiel. Und das habe ich mit... Was habe ich so viel jahren gespielt? Da könnte ich das alles. Ich bin so schlecht. Äh. Ja. Und jetzt? Ein. Böses Gehirn. Sei brav. Achso. Ah, oh, oh, so okay. Ich bin übrigens zu sehen in einem Let's Play von Playable Game. Wahrscheinlich jetzt unter der Woche, also so Mittwoch. Werde ich darin erscheinen. Äh, Let's Play Minecraft habe ich einfach mal mich gemeldet und gesagt, hey komm, lass mal ein Together machen. Also da könnt ihr gerne reinkommen, steht in meiner Box auch. Okay, also der Kanal. Also, würde mich freuen, wenn ihr da reingucken würdet. Dankeschön. Heute nur kurz zu einer Meldung. Weil ich kein Ballett oder so davon gepostet habe. Mach das hier, oder? Ach, schön sowas. Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Rasputin, tut mir leid. Ich musste das Experiment abbrechen. Etwas wirklich Wichtiges ist passiert. Ich muss sofort los. Ich weiß, Sie glauben gar nicht. Erzähl es mir später. Bin in Helle. Offizielle Psychonautengeschäfte. Moment, das hier auch. Offizielle Psychonauten. Hey, Sie haben... Nein, lass es. Komm. Ich bin in Helle.